Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Hot Online Farm. So, dann schicken wir mal wieder los. Bisschen wieder vergessen wieder hinzuschalten irgendwo. Das machen wir manuell. Dann bleiben wir uns den anderen. Dann bleibt es mal dort stehen. Die schicken wir schon mal wieder los. Wo ist er hier? Dann müssen wir die ganzen Dinger wegmachen. So, dann können wir eigentlich das Ding auch schon mal wieder auswischen. So, zack, zumachen. Dort bloß. Bum bumm. So, jetzt können wir das aufmachen. So, hau. Auf mit dem. So, jetzt können wir das aufmachen. So, hau. So, hau. Na, wirklich Power kriegst du nicht grad hier. Jetzt kommt da ran für eine Wallung. So, ich geh schon mal auf die 58 umstellen. Ganz vergess ich das wieder bei meinem Glück. Hab da so gerne mal so ein Alzheimer dabei. Dann können wir mal die Hälfte vergessen. So. 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 Das dachte ich noch eben schon fast. So. 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 So, so. So. Wollen wir noch mal hier entklappen alles? Ne, haben wir nicht. Das dachte ich mir eben schon fast. Da wir doch bis die Hälfte haben. So, jetzt machen wir das auch. Neun Kurs laden, das ist die 58. 50 Wäschen. Und erster Wegpunkt. Mal alles jetzt noch ein Stück schneller. So, und Topfacher einstellen. Ach Mensch, Katze. Du und deine Beutel. Wo ist er denn jetzt hier? Ja, hängt schon wieder aber fest. Hier geht gerade die Katze, bin doch hinter. Will aber jetzt nicht gerade unterbrechen. Was habt ihr die Strohauflage ausgemacht? Dann machen wir schon wieder die Strohauflage an. Okay, durch. Halt. So, abfahren lassen. Kann ich mir das jetzt einstellen. Hier Strohauflage. F1. So ein steueres Fenster hier. ... So... ... ... ... So, jetzt Abfahrer. Nichts passen. Sind wir die Strohablage eingeschalten? Warum schalte ich denn da immer die Strohablage ein? Und das hier auch. Oh, die dann nochmal deaktivieren. Oh, Abfahrer. Deaktiviert. Und jetzt haben wir's. So. Jetzt müssen wir's gucken nochmal. Alles durchgucken. Denne, denne. Du bist aktiv. Jetzt können wir den nehmen. So, was hat die Katze wieder gefunden? Irgendwas zu graben. Jetzt sind wir grad auf dem Dort. Die Leute sind immer neu anfangen mit dem Video. Du musst jetzt damit leben. Mit dem Geraschel und die Krache verlieren. Kann man's versenken, was sie gefunden hat. Aber. Wenn ich einkaufen bin, da habe ich mir immer so gerne so ein Mettbrötchen. Und da ist wahrscheinlich das Papier davon gefunden. Das riecht halt noch nach früher Wurst und Co. Und dann geht ja mit selbst noch so was. Oh, ich krieg durch hier. An jedem blöden Baum bleibst du hängen. Im blöden Baum. Herzen geht nur auf dem Dort. Ein Trasher geht ein bissl auf dem Dort. Oh, der ist noch nicht ganz reiß in der Ecke. Ikki die Motten. Da haben wir ein Tragerproblem. So, das nehmen wir jetzt nicht den Spass. Nein, nehmen wir nie. Nein, nehmen wir nicht den Spass. Wir nacken uns hier jetzt die W-Maschine. Da kann man schon mal eine Pferdkamera herausnehmen. Ich hoffe, dass er hier rausgeht. Wir sind mal mit Zeit dabei mit Ticken. Na, das ist noch 30. Ach, wenn es kalt wäre. Die ist schlimmer mit der Klette zur Zeit. so wapps nähne ja mann nähne so ja wieder Ja. Da muss ich gucken, da ist der Mungler. Und weiter durch. Was ist gerade wieder der Ende? Ich glaube so. So, gelegt. Nur kurz füllen. Also wenn ich mal vorwärtskommt. Ganz offene Escape wollte ich schon. Nicht geändert, oder? Ja. Da hat sich leider noch nichts geändert. Da kann man nichts machen. Jetzt sieht man noch wie es gelb ist. Oh, ich muss den Linkspunster wegfahren. Ich muss den Klaas da wegfahren mit seinem Anhänger. Nicht so, ich habe noch nichts getan. Ich muss ganz kurz was machen. F11. Mütelzeit. Mal 15. Tappen. Zack. Einmal hier, dass es nicht in die Nacht reingeht. Mit unterschiedlichen Wachstum kann ich ja nichts. Ich habe kein Problem. Ich kann jetzt die Wachstum her ausschalten. Oder wächst das. Vielleicht nehme ich da hinten die Weiler. Die Wachstum. Fangen wir dann schon mal langsam an. X zu fahren. Die Wachstum. 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 Ah, Kalti, du hast es am besten, ist es das? Du brauchst dich nicht damit rumschlagen und es wächst und wächst und wird reif. Du brauchst dich nicht damit rumschlagen. Du brauchst dich nicht damit rumschlagen. Du brauchst dich nicht damit rumschlagen, du brauchst dich nicht damit rumschlagen. Aber was will ich machen? Kann ich leider nichts machen außer gucken zu. Das Feld da soweit ist, dass es wachsend gedeihen kann. So, da haben wir was vergessen. Wir haben uns wieder Garnerisch, weil ich wieder Unkraut. Oh, ich krieg die machen. Ich komm jetzt aber langsam aber sicher zum Ende für diese Zeit, für diese Folge weiter. Da klappt ein Wurm in der Zunge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.